und herzlich willkommen zu einer ganz neuen folge landwirtschaftssimulator 2017 mit den tricks und der victim of games wir begrüßen euch ganz herzlich ich schau gleich mit den dreck ab gerade softbox vergessen habe ich schnell noch angemacht so auf geht's netterweise haben wir jetzt an meinen trecker den ich die ganze zeit hatte ein frontlader dran gebastelt eine gabel und der tricks hat natürlich alles schon fertig gemacht aufgeladen dass ich sofort loslegen kann hier wir haben zeitgut ich fast meine blöde machen wir sind jetzt die steuerung du kannst mit der rechten maus und sie gedrückt halten bei hoch und runter kannst du das bei mir noch nicht eingestellt okay eigentlich ist das von anfang an so standard einstimmen ich mache es über tasten momentan noch ich hoffe das fällt jetzt nicht runter wenn ich hier so durch die kante heizt okay ich fahre mal das jetzt weg und dann wird sich um was anderes geklimmert ist ja auch wie die kohle ja hier rein bekommen jo leute schreibt sie mal in die kommentare wie gefällt es euch dass wir das zocken einfach mal reinschreiben wir würden uns freuen über jede antwort natürlich läuft auch immer noch die bewerbung wer mitspielen möchte ist nur ein slot frei ist natürlich auch noch erweiterbar einfach melden beim victim beim the tricks oder bei mir genau das wie gesagt selber steht einfach in die kommentare schreiben und dann antworten wir darauf vielleicht ist halt immer viel ne also mein chef supi hier als bauer ich drücke mal die hube anstatt auf die karte und was treibt ihr so erzählt sommer ich bin gerade bei whatsapp drinnen und verraten mit dem trekker hoch zu dicks ganz ähnlich während der fahrt die doch jeder gibt es doch jede polizei was ich auf jeden fall mal machen will auf jeden fall mal mit dem fuhr ich weiß nicht was die leute waren mit dem heli am steuerhof geräben ich kann sie mal dabei trinken optimal so jetzt gucke ich mal wie ich das hier abgeladen gucken über tastatur habe ich noch nie gemacht ok meine madame fragt mich gerade was treibst du den ganzen tag ja stimmt es gibt ja auch noch leute die arbeiten der verein ich habe vorhin schon zum dings gesagt sagt eben kommt zuvor es wird mir ja schon stunden zocken dabei ja gerade mal nur drei vollkommen gehabt ist das ist das jetzt nicht die dritte folge ich bin da selbst verblüfft weil ich ich denke gerade bezocken das schon eine übelst ewigkeit nur und es ist immer noch der erste tag 1534 halb vier nach halb vier gibt es hier strick schon ganz im druck jung schweiz und hat damit vorgesehen alles aufgefüllt wir können endlich das feld oben fertig machen jetzt geht das mit dem ja ja ich habe es mir ein bisschen ordentlich hingestellt dann passt das was mir jetzt gerade aufgefallen ist was ja wohl das cool ist dass mir immer hier so 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 eine volle immer entgegen geflogen kommt es ist cool aus ja das schönes gimmick es ist echt cool gemacht aber jahreswechsel gibt es zu basieren lege hagel also ist es noch drin hagel und regen das werde mich übelst nice also kommt doch mal aus dem pissen ja wo wir müssen noch machen da bist ja wirklich ganze frühjahr da ist ja gar nicht genug felder am anfang dafür dann ist es ja übelst vorlauf machen immer dass du sag ich mal sommerende wenn ernte losgeht so ja warum ist das wäre doch dann geil wenn du dann so ab die gewächshäuser hättest du hast ja ja gewächshäuser gibt es ja gewächshäuser gibt es ja das ist gut dann die manchen anpflanzt tust du es können tun werden ja auch schön sehr schön so ich bin jetzt so klein auch mal ein anfang an anfang und anfang kuppe also am schnee kuppe und lad die mist ab dann haben wir noch ein bisschen schmott ich glaube wir haben uns an die knapp 7000 bieten also lad da mist ab hast du verstanden lad da lad da mist ab das ist gegen lader nein unsere dämonia ach so du redest du ach so du redest du ja 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 deswegen habe ich gefragt ob du den verstanden hast ich habe jetzt ich habe gedacht du gehst jetzt gerade wirklich von dem lader aus nein 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 von der lader die Stiftung aus Moneter an und da oben Wolfs und sagen es läuft wie ein bisschen müssen 3.000 auf dem Konto war aber trotzdem reingekauft nur gut dass ich das jetzt gesehen habe mit dem Frontlader hätten beiden Traktor gekauft für 82.000 so ich komme zurück und dann musst du mir eine aufgabe geben was ich tun soll weil ich möchte jetzt echt nicht die ganze Zeit durch die Gegend kommen ja schauen wir mal kann es ja meint übernehmen ich weiß nicht wollen immer streuen ja ich stimme ja hier gerade mit können wir da extra nochmal drüber wollen wir einkaufen für 6.000 ja schon oder wir haben ja wieder Moneten Dünger steht noch unten auf dem Hof zwei Paletten hoffe ich den mal ich denke gleich oh da war ein kurzer Druck noch ja das ist ja ja immer der Schock also wird das wahrscheinlich sein dass ich da noch was patchen müssen das war bei LS15 auch so durchgängig und da waren die Ladezeiten auch noch länger die Ladezeiten sind extrem verkürzt finde ich jetzt ja ich bin jetzt echt schneller hier auf jeden Fall gut ich bin jetzt es sieht echt aus hey die Appetitur Futter und Traktor Traktor ist es ja Pumpe oder Ich hab schriftlich nicht gerade lustig und chillig und hab gleich einen Kaffner dahinter gesetzt mit der Gaswolke. Alter, mein Trachtor ist doch auch schneller als dieser Van, der hier neben mir fährt. Guck, stell die Brücke rum. Was rüber? Auf der Karte komm ich noch nicht ganz klar. Du, Honey, Honey, sag mal. Wie war eigentlich dein erstes Mal mit Tanzverbot? Mit Tanzverbot? Ja, ohne Mist. Er hat mit Tanzverbot geschrieben. Ja, das auch. Die Geschichte möchte ich mal erzählen. Das war ganz am Anfangszeiten übelst der Hammer. Weil, so wie es eigentlich fast jeder YouTuber gemacht hat, wollte man ja unbedingt Abonnenten finden, weißt du? Und da hat man so ein bisschen Sub-for-Sub gemacht. So, und ich hab ja gesagt, das ist mir aber nach der Zeit zu doof, erstes Mal jedes Mal rumzubretten. Und was bringt dann Endeffekt Abonnenten, die dir ja eh nicht deine Videos anklotzen oder so, wenn da musst du dir eben halt vor Gestein eigenen Scheiß aufbauen. Und auf jeden Fall war in dieser WhatsApp-Gruppe, mich hat es total weggeholt. Jetzt kann ich euch das nochmal gleich mal vorlesen, dann. War das so gewesen, dass wir eine Gruppe waren, eine WhatsApp-Gruppe. Und, ähm, eben halt dieses Sub-for-Sub gemacht haben. Ich war so geflascht. Pass auf, eben halt das Sub-for-Sub gemacht haben. Und, ja. Und wusste aber nicht, dass Tanzverbot drin ist. Zu dem Zeitpunkt. Du, und da kriege ich dann eine Nachricht. Pass auf, das nächste Mal vor. Schläfst du? Ich schreibe so, wer ist da? Schreib du mir, Papi. Ich so, ähm, wer kenne ich dich? Woher hast du meine Nummer? Er schreibt, ja. Ich so, kein Dunst. Alles klar. So, wir spielen, äh, ja, ein Spiel. Ich, ich beschreibe Person und du musst erraten, wer das ist. Und das, äh, das war kein Dunst. Ich so, frage Zeichen. Als ob du Tanzi nicht kennst. Ich so, du, ich so, nee, kenne ich nicht. Du, Trottel. Ich so, nee, wirklich nicht. Äh, Tanzverbot? Ich so, ich stehe auf den Schlau. Was ist damit? Weck dir auf Games? Ich so, bin ich, ja. Produzierst, äh, produziere aber zur Zeit nicht, weil ich habe Operationen eben halt, weil ich ja Leistungbuch hatte. Wie bist du zu meinem Kanal gekommen? Aha, denk mal ein paar Monate zurück und falls du unseren Minichat verlaufen nicht hast, die sind hier durch. Ich chat verlaufen wo? In YouTube oder was? Oder WhatsApp? Alter, so, ich lege wirklich voll auf den Schlauch. Schreib mich. Vor sieben Monaten. Die, dieser, bevor ich dich angeschrieben habe, also als erster. Sub for Sub. Ich so, ach so, ja. Sub for Sub mache ich ja nicht, weil er ist zu dumm. Leute sollen mich so finden und akzeptieren, so wie ich bin ihm halt. Aha, ja. So, und was möchtest du jetzt? Hab ich geschrieben. Ich schickte mir zwei Bilder. Ist so top. Na, hab ich geschrieben. Wusste ja gar nicht, dass du mit drin warst. Schreibt da, haha. Ich hatte ja den Chatverlauf gelöscht gehabt, deswegen wusste ich nicht, wer du warst und bist. Sorry. Okay. Und dann schreibt er immer, wegen Abonnenten. Das schreibt er, was ich mache und alles mögliche und was ich, äh, was dbd ist. Ich, wer dbd, dead by day, das kennt doch jede Sau. Schreibt mir, was das ist. Ich erklär ihm das und so. Und er schreibt einfach okay zurück. Und seitdem her habe ich mich geschrieben. Okay. Was denkst du, wie ich geguckt habe beim Star-Schreiben? Tanzverbot, was ist denn hier los? Wo hat der meine Nummer her, der Homo? Und das Ding ist, der hat ja eine Zeit lang wirklich Leute bei Steam angenommen, die bei ihm in der Gruppe sind. Okay. Ja. So, wie jetzt? Was soll der Herr machen? Wir hatten den Pflug jetzt hier stehen lassen. Ja, wenn Hanni dann kuppern will. Ach so, soll ich machen? Ja, okay. Dann fahr ich den Hänger hier mal schnell. Wir müssen ja pflügen und dann mit dem Kuppert drüber, oder? Nee, oder ich kann, warte mal, ich kann ja gleich mit der Seemaschine drüber, oder? Ja, wir haben ja nur einen Kuppert. Moment. Ich schaue hier mal Gäste drauf. Alter, der Rückerts einfach. Weil ich ich gelesen habe, sollte man nach fünfmal, nachdem man, ne, nachdem man, nachdem man, ne, nachdem man dreimal so fällt, die Wirtschaften hat, dann ackern, wegen zehn Prozent, ich steige das an dir. Ja, 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 ja. Nee, ich hatte nur gerade gedacht, dass das ein Pflug ist, der hier steht, aber es ist ja ein Kuppert. Ja, ich hätte falsch gedacht. Sorry. Kann ich das mit meinem Traktor machen, oder was? Kann ich das Ding anhängen? So, ja. Ach, das ist Krupp. Ach so. Das stimmt außerdem jetzt, ne? Die sind überklein. So, Hanni, sind wir auf dem gleichen Feld. Was ist los? Moin. Äh, du musst von einer anderen Richtung ran fahren. Ach so. Ja, bist du schon fertig mit dem Einfeld? Das Feld ist fertig. Raps ist oben. Äh, nee, Quatsch. Getreide ist da oben, hier ist Gerste und da hinten ist Raps. Wir müssen nur ein bisschen auf das Rapsfeld aufpassen. Aber ich glaube, das brauche ich noch ein bisschen. Da, wo du jetzt gerade düngst. Ja, ja. So, grober senken mit V. Grober zuklappen, aussteigt nicht. Kann ich jetzt so schön loslegen, oder was? Ja. Goil. Oh, ist das geil. Das sieht doch übelst fett aus, Alter. Geht doch Hanni fest. Nein, 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 nein. Ist das geil. Ich wär Bauer. Ich könnte. Ich wär Bauer. Oh shit, und wir sind schon wieder fast bei 14 Minuten, ne? Nee. Ich will nicht aufhören. Tu mir das nicht an. Was gehst du denn in die kalte Küche habst du vorhin? Ich hab noch gebraucht, die Heizung anzumachen. Meine Heizung läuft. Ist schön kuschelig hier. Nee, hier drinnen brauche ich das nicht machen bei der Fernseherkommung. Also meine Geräte, und noch wärmer machen. Ich bin ein kleines Kackzimmer. Ey, willst du ein Rennen fahren, oder was? Hau ab. Was machst du jetzt grad? Du tückst du? Nee, ich seh. Ach, ich seh. Was siehst du da jetzt grade, Frau Produkt? Gerste. Gerste. Soweit ich das weiß. Also würd ich jetzt so zu sagen. Alter, nice, oder? Wie muss drauf haben, Junge. Ja, Gruppe ist schneller. Ja. Ja, du hast so mehr Zug hinten dran. Ja. Mehr Gewicht. Sehr schön. Das ist Teamarbeit. So muss das sein. Allmannfrei. Nice. Was macht das Sandro Shellis? Da dünkt immer noch da hinten. Das fällt gerade aus, wo das so giftgrün ist. So dieses... Da siehst du? Ah, da. Okay, alles klar. Giftgrün. Naja, jetzt schon. Das auffällige Grün da hinten. Macht denn der Plutonium oder was? Ja. Ich pflanze Plutonium-Stand. Du hast wie Gurken, die bloß noch leuchten. Jetzt, was brauchen wir nicht dann? Oh, ist das chillisch? Ich finde das so geil. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch über viele Sachen reden hier. Also, ich glaube, wir werden noch viele Gesprächsthemen haben. Auf jeden Fall. Ja, Fein, der Punkt ist ja, du bist ja jetzt nicht so extrem fiktiv in irgendwas drin, wo du es reden vergisst. Weil, überleg mal jetzt zum Beispiel so, wie wir, wenn wir Minecraft gespielt haben und haben gebaut. Du warst ja voll im Baumodus drin. Ja, da war lange Ruhe immer. Da war immer vieles lange Ruhe. Da hast du gebaut und überlegt, wie warst du was? Und so, und keine Sau hat auch was gesagt. Und hier kannst du schön durch die Gegend brechen und kannst dir echt schöner labern. Und schön Bier trinken. Ich glaube, ich hätte mir vorhin echt eine ganze Stiebe geguckt. Das muss ich morgen gleich mal. Ich bin ja noch krank. Alter. Ja, jetzt kann ich mir alles das und dann nachholen, was ich im Telemonat verpasst habe. Also nicht an trinken, eben halt an aufnehmen. Komm mal, die Fresse. Ja, ich guck mal, bei dir. Ich guck mich überhaupt auf, ja. Oh, ich hab doch mal Angst. Jetzt hab ich aber auch vor Schreck rüber geguckt. Ich hab da echt noch übelst fest, ey. Weißt du noch, The Forest, wo dir zwei Folgen gefehlt haben? Wolle mir auf, das hab ich so angepisst. Aber ich find echt diese, dieser Detailgrad finde ich echt total Bombe. Ja, ist schon sehr nice geworden, ja. Weil generell auch dieser Dreck, dieser Staub, dieses, wie sich dein Acker verändert, wie die Karre aussieht und alles mögliche. Cool. Wenn du das nächste Film? Ähm, da oben. Da, wo eine Bahn schon grün ist. So. Oh, jetzt bin ich falsch gekommen. So. Oh, Alter, mein Bart, der kratzt nicht mehr. Hab ich noch gar nicht gesagt. Ich hab mich mal wieder abrasiert. Da wächst grad schon wieder schön langsam nach. Der hat mich einfach mal früh angekotzt, wo ich den schneiden muss. Es hat nichts hingehauen. Na, ich mach ja, wie gesagt, ich mach nur hier, äh, äh, also hier Schlauz und sonst heißt es nicht, wir hier noch unten haben, ist er, so, und, äh, trip den eben immer zwischendurch, so dass das andere eben halt trotzdem normal wächst. Ja. Jetzt wird, ich merk, so jetzt wird's von vorn. Blöckle wieder voll. Okay. Achso, wie gesehen, die Bahn ist noch 5. Ich bin mir schon jetzt noch schneller. Wie man so einfach mitkriegt, okay, hier wird gearbeitet. Mega. Absolut geil. Ich fand das, ich finde das auch mal cool, wenn du in Thüringen mal so, so, so nahe, ich sag ich mal, um Land gefahren bist und hast du mal gesehen, wie die Trecker mal rumgefahren sind. Das sah ja schon richtig geil aus. Es gibt bei Facebook eine extra Seite, ich möchte jetzt mal erwähnen, äh, Landwirtschaft, im Salor-Orla-Kreis. Okay. Die, äh, posten immer ganz viele Bilder von Traktoren, Anbaugeräten, hast du nicht gesehen, wirklich nice, es sei, du könnt doch mal liken. Finde ich extrem geil. Geil, Trecker fahren. Mega. Ich fahre ja den ganzen Tag Auto, aber es entspannt, wirklich. Zeit, was sagst du? Ja, äh, wer hat einen Moderator tun, ne? Ja, ich glaube schon, es ist von mir. Ja, macht ihr doch noch seine Bahn fertig, bleibt gleich hier stehen. Okay, dann komme ich dir vor. Boah, ich weiß nicht, ob die 44% noch reichen für das Feld. Ich muss mal gucken, ob das noch passt. Wenn nicht, muss ich noch mal Sackgut holen. Und ich hoffe, es ist gut, es ist gut. So, ich hoffe, es geht. Dann, wie gesagt, liebe Leute, wir bedanken uns erstmal auf jeden Fall fürs Zuschauen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gebt euch welche Kommentare ab. Wie gesagt, es ist alles unten in der Beschreibung verlinkt Von jedem Spieler Von dem Spieler generell an sich selber Wo man es sich vielleicht auch kaufen kann Oder ja, auf jeden Fall Ihr werdet sehen, was in der nächsten Folge auch immer weiterhin passiert Wenn ihr uns weiter verfolgt Und ich muss mich erstmal wieder bedanken bei den Ostwind LP Und bei den Twix Für's mitspielen Danke zurück Und ja, wir verabschieden uns erstmal Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Und sagen erstmal, ciao Ciao